2012 Daemon Ein Computerprogramm, das ständig im Hintergrund abläuft und zu festgelegten Zeitpunkten oder als Reaktion auf bestimmte Ereignisse spezielle Prozesse ausführt. Disk and Execution Monitor 1 Hinrichtung Reuters.com Strich Business Matthew A. Sobol, Mitbegründer und technischer Leiter der Firma Cyberstorm Entertainment HSTM Nasdaq, erleihe heute noch längerem Kampf einem Gehirntumor. Sobol, ein Pionier der mittlerweile bei 40 Milliarden Dollar Jahresumsatz angelangten Computerspielebranche, schuf unter anderem die weltweit erfolgreichen Cyberstorm-Onlinespiele Over the Rhine and the Gate. Cyberstorm-Manager Kenneth Kewald nennt Sobol einen unermüdlichen Innovator und Ausnahmeintellekt. Was zum Teufel ist das? Das war alles, was Joseph Pavlos trinken konnte, während er mit der behandschuten Rechten seine Kehle umklammerte, was das Blut nicht daran hinderte, zwischen seinen Fingern hervorzupulsen. Neben seinem Gesicht hatte sich bereits eine erschreckend große Lache gebildet. Aus irgendeinem Grund lag er auf dem Erdboden. Er konnte die Wunde zwar nicht sehen, aber der Schmerz seigte ihm, dass sie tief war. Er drehte sich auf den Rücken und starrte in einen makellos blauen Himmel. Sein normalerweise so systematisch arbeitender Verstand versuchte hektisch, irgendwelche Optionen zu fassen zu bekommen, wie jemand, der in einem rauchvernebelten Gebäude nach einem Notausgang tastet. Er musste etwas tun. Irgendwas. Aber was? Die Frage, was zum Teufel ist das, heilte immer wieder unbeantwortet durch sein Denken, während das Blut zwischen seinen Fingern hervorquoll. Adrenalin schoss durch seinen Körper, beschleunigte den Herzschlag. Er versuchte, um Hilfe zu rufen. Ging nicht. Blut spritzte ein ganzes Stück in die Luft und regnet auf sein Gesicht herab. Die Halsschlagader. Er drückte so fest zu, dass er sich beinahe selbst erwürgte, und dabei hatte er sich doch eben noch so gut gefühlt. Das zumindest wusste er noch. Die letzten Schulden bezahlt. Endlich. Er wurde allmählich ruhiger. Seltsam. Er versuchte, sich zu erinnern, was er zuletzt getan hatte. Wie er hierher gekommen war. Es schien jetzt so unwichtig. Sein Griff lockerte sich. Es war völlig klar, dass keinerlei Maßnahmen nötig waren. Weil es kein logisches Szenario gab, wie er hier lebendig wieder herauskommen konnte. Und schließlich waren es Pavlos außerordentliche logische Fähigkeiten, die ihn im Leben so weit gebracht hatten, ihn um die halbe Welt geführt hatten. Das war's. Er hatte bereits alles getan, was er je tun würde. Sein Gesichtsfeld begann sich von den Rändern her zu verengen, und er fühlte sich wie ein unbeteiligter Beobachter. Er war jetzt ganz ruhig. Und in diesem kühlen, distanzierten Zustand begriff er es plötzlich. Matthew Sobble war gestorben. Das war in die Nachrichten gekommen. Und da fügte sich plötzlich alles zusammen. Sobbles Spiel ergab jetzt endlich einen Sinn. Es war wirklich fantastisch. Cleverer Bursche.